Hallo ihr Lieben, heute mal Zellen ohne Poring Technik. Ich arbeite heute auf einem Aquarellpapier. Dieses habe ich mit ein oder zwei Schichten glänzendem Acrylbinder versiegelt. Ihr seht, das glänzt auch, das heißt es ist sehr wasserabweisend und resistent. Im ersten Schritt möchte ich die Alkoholtropftechnik anwenden und deshalb benötige ich Alkohol. Ich nehme hier Bioethanol über 90 Prozent. Ihr könnt aber auch normalen Brennspiritus nehmen, das klappt auch wunderbar. Ich brauche etwas Wasser, einen breiten Pinsel und meine Farbe, in diesem Fall ein Caput Morto um. Am besten funktioniert die Technik mit einer nicht ganz deckenden Farbe, die ist halbtransparent. Meine Farbe möchte ich mit Wasser verdünnt auftragen. Um mir das zu erleichtern, sprühe ich zunächst einen kleinen Wasserfilm auf die Oberfläche. Hier seht ihr gut, dass die Farbe transparent und nicht zu dick aufgetragen werden sollte. Sie darf auf keinen Fall antrocknen und sollte immer schön feucht bleiben. Meine Pinselspuren bleiben sichtbar. Daran erkennt man, dass die Farbe nicht in das Papier einsinkt. Ich kann die Pigmente einfach auf dem glatten Untergrund schön hin und her verschieben. Die Farbe sollte feucht, aber nicht zu westrig sein. Sie sollte keine Pfützen bilden, sonst funktioniert die Alkoholtropftechnik nicht. Manchmal muss man den Verdünnungsgrad einfach ein paar mal ausprobieren, bis man herausbekommt, wie es funktioniert. Auf die feuchte Farbe kommt jetzt der Alkohol in Tropfen. Ich kann auch mehrere Tropfen auf eine Stelle geben. Das gibt eine besondere Struktur und die Tropfen werden größer. Ich versuche, die Größe zu variieren. Es ist interessant zu sehen, wie von Zauberhand diese Strukturen entstehen. Diese Zellen haben einen dunklen Rand, dann kommt ein weißer Streifen und in der Mitte halt wieder die ursprüngliche Farbe. Spannende Strandachsen Spannende pancake Spannende Wenn dein Kopf einen Brügel zu usability, kann die ... Das Ganze lasse ich jetzt eine Weile trocknen. Es ist noch nicht ganz trocken. An den dunklen Stellen ist noch flüssige Farbe und da ich diese ganz dunklen Stellen nicht mag, rolle ich jetzt einfach mit einem Stück Chlorolle darüber und nehme die überschüssige flüssige Farbe noch ab, bevor das Bild komplett durchtrocknen muss. Das Ganze lasse ich jetzt. So, das Bild ist mehrere Stunden durchgetrocknet und ich kann darauf jetzt auch ohne weitere Versiegelung meine Zellen ausarbeiten. Hier seht ihr nochmal die vielfältigen Strukturen. Es sind lineare Strukturen, innen drin die Tropfkreise, mehrere ineinander teilweise. Und ich beginne einfach mal an einer Stelle mit einer Farbe. Ich versuche die weißen Ränder der inneren Tropfen stehen zu lassen und beginne erst einmal ganz vorsichtig. Welche Farben würdet ihr denn in diesem Fall für die Ausarbeitung nehmen? Ich versuche die Ausarbeitung nehmen. Dank der vielfältigen Strukturen könnt ihr jetzt ziemlich frei entscheiden, was ihr überdeckt und was ihr stehen lassen wollt. Ich versuche die Ausarbeitung zu sein. Jetzt bin ich gegen die Ausarbeitung zurückgelegt. Ich versuche die Ausarbeitung. In der Montage des Strukturen löschen. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. An diesem kleinen Bildabschnitt kann ich meine Farbpalette gut ausprobieren. Einige von den Farben, die ich hier auftrage, werde ich nachher nochmal übermalen. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. Da mir das Gelb sehr gut gefällt, es ist ein Zitronengelb mit weiß gemischt, setze ich es im ganzen Bild an den hellen Stellen in den Zellen ein. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. Für den Hintergrund habe ich mir dieses grün ausgesucht, dieses kühle grün. Und auch das Orange findet seinen Platz im Bild. Ich werde immer mutiger und probiere weitere Farbmischungen aus. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. Das Zitronengelb gefällt mir dazu sehr gut. Jetzt läuft es eigentlich wie von alleine. Was meint ihr, schon fertig? Die feinen Strukturen der Alkoholtropftechnik sind teilweise auch geblieben. Ich glaube ich werde den Hintergrund noch einmal überarbeiten und eine minimale Spur heller machen. Das Zitronengelb gefällt mir dazu. Für mich ist es so perfekt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr habt wieder eine neue Anregung und versucht vielleicht auch mal die Alkoholtropftechnik mit anderen Techniken zu verbinden. Sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss bis dahin. going D 20 20 25 25 Vielen Dank.